Herzlich Willkommen an Freunde zu einer neuen Runde Bad Wars zusammen mit den Leon. Hi! Hi Leon! Hi! Wie geht es dir? Gut geht es mir und dir. Das ist ja schön. Wir haben ja natürlich wie immer, ne, bei NACE-SR kommen neue Detektiv Conan folgen. Das finde ich natürlich wieder mega geil. Ja und wir spielen heute den neuen Modi auf Nero Swayze. Och nee, du hast den Gold-Spawner ausgemacht? Ja! Och Leon, ich hasse das. So, seit neuestem kann man nämlich die Spawner ausmachen und auch, ähm, hier, Dings, ne? Äh, was? Ja, Einzelkämpfe bestreiten, das gab es ja damals schon mal. Achso! Und zwar da hieß der Spielmodi Arena, soweit ich weiß, ne? Nein, 1-Rewon allgemein. Hä, was hieß? Nein, 1-Rewon allgemein hieß das. Och so, okay. Und da konnte man dann hin, ein Ausgaben. Ja, 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 dann sind wir uns gleich in der nächsten Hunde, wieder. Bis gleich. Och man, jetzt muss ich schneiden wegen dir. Äh, wieso? Komm schnell! Vielleicht muss ich dann doch nicht schneiden, weil ich vorbekommen. Jetzt hast du gesagt, ich muss schnellen, dann muss ich auch schneiden. No, 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 vielleicht. Hä? Warum wird das immer die hässliche Mäbe? Ja, weil die Mäbe voll cool ist. Passt die Mäbe. Ich wollte es an ihm nehmen, aber Void nehmen wir nicht, Void ist scheiße. So, Void ist mega cool. Void ist mega-glaim. Boah, als ob du schon wieder baust, ey. Krass aus, krass aus. Ja, hast du irgendein Thema dabei heute? Ja, ja. Was denn? Willst du mal den Leuten erklären, wieso gestern kein Jump World kam? Das kann ich euch erklären, weil Kamido einfach, nein, kommt ja sonst immer sonntags. Ja. Aber Kamido ist eigentlich zu blöd zum Schneiden, deswegen kam es los. Nee, nee, ich bin zu blöd, um zwei Videos in eins zu machen. Ja, das muss ich ihm heute erklären. Ja. Ne, weil sonst wäre das Video natürlich auch gestern pünktlich erschienen. Kacke, ich habe meine Blöcke weggeworfen. Das hast du schon geschnitten und so, ne? Habe ich ja schon alles gemacht. Oh, sie haben es echt geupdatet. Ich will nicht runterfliegen. Mir doch egal. Ich will zu dir. Sie haben es echt geupdatet. Jetzt steht in der Mitte, dein Bett wurde abgebaut. Ja, ja, das habe ich gerade gesehen. Nein. Ja, gewonnen. 1 zu 1. Oh Gott. Adrenalin hier. Adrenalin. Schnell in die nächste Runde. Oh, das geht ja schnell. So, jetzt nehmen wir mal hier Sunny. Mal gucken, wie das ist. Warum wird das immer deinem Möx? Weil ich von der Rangfolge höher stehe als du. Ich höre gar nicht. Natürlich. K, Mito. Siehst du, das ist nicht, das K kommt nach dem G. Und außerdem, ich höre jetzt eine 1 an. Ja, ist echt so. 1 ist hinten. Nein, 1 ist vorne. Aber nicht in Mielekor. Doch, eigentlich normalerweise schon. Aber auf der Waste anscheinend nicht. Nö, aber auf der Waste glaube ich nicht mehr. Aber finde ich nicht so schlimm. Ich schon. Ist halt verdient. Ja, übrigens haben wir bei mir auch ein Video aufgenommen. Echt? Ich mache jetzt erstmal Eigenwerbung. Eigenwerbung? Oh, Bann, ey. Bann. Ja, bei mir haben wir auch ein Video aufgenommen zum Thema. Bei Quadrics Push. Äh, was? Ich glaube, du den Sprung geschafft hast. Achso, deinen komischen Typen hier. Der interessiert mich leider überhaupt nicht. Och Mann, oh Mann! Komm, gib Gas, gib Gas. Ah, du, ah, haha. 4 zu 1. Wir spielen bis 3, ja, bis jemand 3 Punkte hat. Okay. Okay. Das ist mir zu einfach, mal. Was hast du eigentlich für einen hässlichen Skin, ne? Das ist ein Einhorn. Och Gott, ey. Dieser Einhorn-Strend kann ich nicht verstehen. Kann ich nicht verstehen, ich will, ich will. Ich kann nicht verstehen. Ach ja, ich soll ja lauter reden, ne, Leute. finde ich eigentlich nicht aber ich bedanke mich trotzdem dafür ich rede jetzt lauter ok kannst du ja auch einfach lauter stellen aber aber dann hört man dich bei dir wieder und das nervt mich ja extrem ich habe ich glaube nein du kannst dich doch in der Aufnahmenlampen bestellen beim Schnitt ja sorry ich schneide ID mit dem anderen Programm da geht sowas nicht das Programm ja man ich bin eigentlich ganz normal hä was ist los das ist nämlich eigentlich ganz normal ok auch Mann Leon ich habe gesagt nicht diese Map die ist aber cool die ist gar nicht cool als ob egal du bist auch runter hahaha Applaus hierbei an meiner YouTube für diese sensationell geile Map ich feier's eh ach ich bin wieder gefangen ne ernst doch doch hast gewonnen Leon geiler ich mach dich ja wieder reingebackt ähm shader kurz an was shader und dann mach ich schau mal rein schau mal ne alles klar ich bin den Schuka Pick 13 shader Leon post mal da schön warte da versuch mal das Bett abzubauen und ich fotografiere das einfach ja komm los weiter jetzt bau ab ab perfekt perfekt Dankeschön wollen wir noch ein Treiber suchen wollen wir noch ein Treiber suchen so sieht hier mein Schäler schön aus ja machen wir das mal hier so schön Katze dekorieren wir das doch ach man schon mach noch mal habe ich schon noch mal okay ist bereit ja ich bin bereit ich drück schon die ganze Zeit F2 ja komm jetzt bau ab bitte und besieg mich endlich los komm nein Leon du musst hier rein springen von da ich seh überhaupt keinen Schaden dass du Schaden kriegst wird's mit sein okay Leute das war's mit dem neuen Spiel Moody auf the way äh Neops ways auf the ways ihr habt uns einen Einblick bekommen was man ja so machen kann nicht viel ne aber das weiß ich selber und ja Leute wir sehen uns dann morgen wieder und freut euch auf Sonntag um 12 Uhr denn da kommt dann der erste Part von Leon Jump World wie nennen wir das eigentlich weiß ich nicht wir müssen noch einen Namen dafür überlegen ja die Einhornparty wird es nicht sein Leute okay links kommt zum neuesten Video rechts kommt ihr zur aktuellsten Playlist in der Mitte kommt ihr zu Herr Gamers Kanal wo wir auch ein Video aufgenommen haben genau wie schon gesagt tschüss doppelt hält besser